ja servus und hallo zusammen willkommen zurück zu hacknet folge 2 ja wir als hacker unterwegs und in der letzten folge ja den den testserver von entropy erfolgreich gehackt und jetzt offenbar dann auch aufgenommen als mitglied in der community sag ich grüß taubi und gratulation die rasche ausführung deines ersten auftragers deine fähigkeiten bewiesen jetzt kannst du dich als offizielles entropy mitglied bezeichnen als kleines willkommensgeschenk findest du im anhang administrator zugang zu unserem asset server bedien dich bestaune unser mantra wenn du dich ausgerüstet hast antwort auf diese mail und ich arrangiere einen richtigen test deiner fähigkeiten noch mal herzlichen glückwunsch tags der asset server naja was war das jetzt so der test das war der asset cash hier den wir von von viper genau das war da müssen wir uns auch mal anschauen den kollege admin passwort rosebud ok also admin zugriff na schön logout schauen wir uns die kiste mal an den muss man wenigstens nicht hacken hat einen vorteil ok network scanner gab keine weiteren verbindungen schauen wir uns die verzeihnisse an mantra entropy mantra unsere gruppe steht auf drei säulen strebe stets nach gerechtigkeit erschaffe und teile mehr als du zerstörst hör niemals auf dich verbessern zu wollen entropy wird aufträge ablehnen die gegen diese regeln verstoßen und mitglieder die sie missachten entfernen sagen wir hier ftp bounce exe ist ja lustig im weiber wollte das ding da hat er doch seinem vater einen brief geschrieben er wollte da irgendwie 2000 2000 takten haben zur ftp bounce genau das ding laden uns gleich mal runter okay ftp bounce exe das gleiche ne vermutlich ja die ssh crack exe die haben wir schon okay gut da müsste man wahrscheinlich gar nicht da müsste man wahrscheinlich gar nicht unsere logs entfernen was ich noch machen wollte ich wollte mir den cache server noch anschauen den hier genau ach Mist das war die firewall da brauchen wir gar kein proxy okay wie war das mit der firewall analyze müssen wir da eingeben okay ein paar mal dass dann der der header quasi dieses versteckte time okay solve time dieses fleck mit gibt genau wir sind jetzt quasi mit für die firewall geflaggt wir dürfen passieren alles klar dann können wir gleich den ftp bounce gleich mal ausprobieren und den port 21 zersäbeln zersäbeln also dieses analyze hat jetzt quasi diesen diesen befehl time dieses codewort ich nenne es jetzt mal codewort offenbart wenn man das ding öfter analysiert werden die diese unwichtigen informationen raus extrahiert und übrig bleibt dieses codewort dieses führende das war jetzt wieder schlecht erklärt und fachlich wahrscheinlich auch völlig falsch aber bloß mal so vom prinzip her zur veranschauung okay ähm jetzt bin ich draußen moment wir haben die feuer gekriegt wir haben den ftp okay dann kommt jetzt der portek jetzt wollte ich gerade sagen jetzt irgendwas habe ich noch vergessen genau portek brauchen wir noch gut gut wir sind drin keine weiteren geräte angeschlossen schauen uns die verzeichnisse an new folder assignment frau kelly siebte klasse okay aha was haben wir denn da gelandet oh mein gott ich habe meinen rechner verloren buchstäblich hexglock exe was ist das schönes scp hexglock exe schauen wir uns mal an laden wir es mal runter okay hexglock exe klingt nach einer uhr so die müssten wir auf unserer mühle jetzt haben jetzt habe ich meine eigene oh gott jetzt habe ich meine eigene kiste angeschaut das war auch clever okay notes ach so das ist das okay die brauchen wir nicht glaube ich und den test brauchen wir auch nicht das war bloß die datei die zum testen zum runterladen so hier haben wir die hexglock exe okay aha use s or n for restricted mode naja sieht halt jetzt anders aus okay okay hm machen wir gleich wieder aus das ding ja aber offenbar hat es unser unsere GUI verändert also unsere Oberfläche naja was soll es ist mir wurscht wir sollen auf die Mail antworten also dann haben wir gemacht willkommen exzellent lass mich dir als erstes als erster formell dazu einladen aufträge anzunehmen im anderen findest du unsere geheime auftragsdatenbank inklusive der notwendigen zugangsdaten nehmen ruhig ein paar aufträge an ich werde dich danach kontaktieren okay also jetzt müssen wir wohl ein bisschen arbeiten für die herrschaften was ist das hier ist der contact database okay das ist unser login alles klar heißt wir dürfen uns jetzt beweisen na dann login schauen wir mal rosebud verfügbare aufträge point clicker counter hack setzen 6 akte x-c manic inc 20% cooler enterprise fangen wir mal an point clicker ein kleid möchte seinen spielstand von einem server löschen um endlich wieder arbeiten zu können hä arbeiten aha okay trennen schauen wir uns die mail mal an point clicker grüße zivilist man hat mich in einer in eine schwere zwickmühle versetzt und leider scheint keiner meiner inkompetenten kollegen das problem lösen zu können und zu früh leue ich mich so sehr ist mich auch schmerz gezwungen um hilfe von außen zu bitten mir wurde versichert dass diese leitung sicher ist ich fasse mich also kurz ich bin weltranglistenführer in point clicker und möchte meine fähigkeiten erneut beweisen leider gibt es auch keine möglichkeit das spiel zurückzusetzen da kommst du ins spiel ich bitte dich in den server einzudringen und meinen spielstand zu löschen mein nutzername ist mensch du kannst dich doch gerne vorher im glanze mein instrument für sonne aha was point clicker kontaktinfos mensch ok ja schauen wir uns an kein problem danke trennen sicherheitshalber machen wir gleich mal hier das wollen wir nicht wir machen gleich mal eine shell auf können schon mal hier die logs wieder löschen ok probe system oh ok da brauche ich nicht mal eine eine proxy überlastung dafür na dann also wir haben den SS hals SSH crack 22 und den FTP bei uns auf der 21 die können parallel laufen weil der arbeitsspeicher das hergibt gut ich schätze irgendwann sind wir dann am Limit wenn ich sehe was es hier noch alles für Ports gibt irgendwann müssen wir die nacheinander ausführen weil unser arbeitsspeicher zu limitiert ist ok wir sind drin wir haben admin rechte gut ja dann schauen wir uns das ding mal an erstmal ein Netzwerk scannen ok verzeichnis ansehen in home ok aussagekräftig müll point clicker config ini important don't crash nicht löschen oder umbenennen ok unwichtig saves das sieht doch gut aus da ist er ok ja gut dann schmeißen wir den hier raus ähm ok und weg dann verwischen wir noch unsere Spuren disconnecten connecten nochmal rauf weil das würde mich jetzt interessieren was ist point clicker klick mich ja ach das ist so ein so ne oder so ein komisches auto klick spiel also ich muss ja klicken 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 und hier oben läuft mein punktestand dann mit und wie ihr seht der läuft auch ohne mein zutun jetzt weiter genau das ab einer gewissen punktzahl die man hat schaltet man dann wohl den nächsten rang frei und ihr seht jedes mal wenn ich mir den neuen rang kaufe wird der zähler zurück gesetzt aber je mehr ich hier auf der uhr habe auch von den höherwertigen upgrades desto schneller läuft der counter also ziel muss es sein möglichst schnell nach unten zu kommen naja meine solche klick spiele ne die die kennt man ja da schau mal da da schau mal schau mal oh das ist der hammer wie der jetzt läuft ok ab wann kommt der nächste 120 oder sowas oder 128 ne da hat noch ein bisschen also ihr seht da da kann ich jetzt klicken wirklich klick 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 immer bis 128 bis dann der nächste irgendwann bin ich an dem punkt da kann ich hier gar so schnell klicken so geht gar nicht mehr dann läuft der zähler viel viel schneller ne komme ich gar nicht mehr hinterher na schau jetzt jetzt komme ich schon schon nicht mehr unter 2 äh unter 100 komme ich ja nicht mehr jetzt läuft er schon schneller jetzt in der zeit die ich brauche um einen klick zu machen produziert der automatisch schon mehr als 128 punkte ich komme schon immer weiter ok jetzt muss ich aufs nächste level gehen ok der braucht schon irgendwie so 250 oder 256 punkte oder sowas oder 2000 punkte mein gott ey meine maus wenn das so weiter geht dann brauche ich eine neue maus ok also das steckt hinter point klicker alles klar danke tschüss ach ich bin trotzdem noch als admin drin oder das ist ja spannend ok deshalb wurde ich mich nicht angemeldet habe na egal was soll ist auftrag erledigt antworten zack jawoll auftrag abgeschlossen mein jetziger rang ist 80 von 100 ok wusste nicht dass es hier eine rangliste gibt na dann trennen gehen wir nochmal in die auftragsdatabase in die datenbank counter hack wir haben vor kurzem erfahren dass ein unternehmen hacker für die illegale beschaffung von internen daten ihre konkurrenz anheuert um zu verhindern dass so etwas zu regeln wird sollen wir sie stellen dass ihre transaktionen nicht so glatt laufen ok also wir sabotieren leute die illegal sich daten beschaffen das ist ok das ist ja das vereinbar mit der hacker ehre finde ich das ist ok aber gut entropy wird ja nur solche aufträge annehmen gehe ich mal von aus counter hack das unternehmen in pp marketing hat kürzlich einen hacker angehört um ihre konkurrenz in simile daten zu entwerten vermutlich eine mailliste und pp selbst zukommen zu lassen das ist genau die art von wirtschaftsspionage die der hacker community ihren schlechten ruf verleiht ja genau auch wenn wir solche geschäfte nicht vollständig verhindern können und wollen ist das jobangebot überall im netz zu finden und damit öffentlich wir wollen nur sicher gehen dass ihr ein solches verhalten nicht auszahlt der exakte dateiname ist unbekannt du wirst also suchen müssen du musst nach einer mailliste vielleicht verschlüsselt oder komprimiert aha suchen also gut außerdem könnte es sein dass pp mit einem schacht zu rennet und seine sicherheitssysteme aufgestockt hat entropy admins schauen wir es uns an schauen wir es uns an ok wir holen unseren bitwise testsystem wieder brauchen wahrscheinlich unsere schädel weil da können wir davon ausgehen dass die ein proxy haben probe haben sie natürlich also dann überlasten oh die haben den trace am laufen das heißt wir müssen schnell sein also heißt wir werden zurückverfolgt naja der läuft aber langsam der trace also der timer der links unten läuft wenn der auf 0 steht dann haben sie uns erwischt dann wissen sie wer wir sind das heißt wir müssen vorher fertig sein ui der proxy dauert aber länger stell ich fest der proxy dauert länger der scheint etwas besser zu sein ok ftp ftp bei uns bitte äh 21 hallo warum läuft der nicht komisch komisch achso ich habe ein leerzeichen vergessen deswegen ja ich habe den parameter ohne leerzeichen angegeben deshalb ist es nicht gegangen dann vortech dann schauen wir uns die kiste mal an ok verzeihen ist ja ansehen workspace maillist info das ist eine mailliste blablabla ganz andere ahja das ding ist verschlüsselt ok ok tja und weg good welcome dress code complaint investigation winter kevin bla 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 da ist glaube ich nichts wichtiges dabei die logs schauen wir uns gleich an ok ich glaube das passt also remove locks bereinigen und tschüss wechseln mal genau und der trace ist überflüssig passt ich würde sagen auftrag abgeschlossen ne genau rang 60 von 100 mensch wir arbeiten uns hoch leute wir arbeiten uns hoch wollen wir uns den nächsten auftrag setzen 6 ok eine gesamtschule hat uns möglicherweise auf anfrage der eltern kontaktiert sie sind besorgt dass ihr it team auf sensible schüler daten zugreifen zugreifen zugriff hat ok sie wollen nicht dass etwas gelöscht wird sondern nur das passwort eines it mit dabei das gebeten dass sie diese angelegenheit selbstständig untersuchen können ok ja gut ich meine das sind sensible daten gell als it administrator hat man sowieso immer eine besondere rolle in einem unternehmen weil als it administrator hast du meistens ja erweiterte rechte und kommst unter umständen theoretisch an informationen die dich jetzt nichts angehen ne das wird dann meistens über irgendwelche zusätzlichen abreden oder nebenabreden mit dem arbeitgeber dann geregelt dass du dich verpflichtest da keinen blödsinn zu machen und sowas aber na gut das ist ein anderes thema schaum die milburg gesamtschule ok das passwort des systemadmits herauszufinden damit sie herausfinden können welche daten über die schule gesperrt werden aha versuch alle daten so zu belasten wie du sie auffindest sie wollen nur das passwort ok alles klar hier unten na dann zu denen also wir holen uns wieder unseren unsere shell das mache ich jetzt einfach mal auf verdacht probe na schau an proxy ok interessant wird die haben keinen trace am laufen ja macht es für uns einfacher heißt wir haben zeit ist natürlich auch schlecht irgendwie gell wenn die schule so leicht zu hacken ist und du an die noten und alles kommst naja ich weiß gar nicht ob das überhaupt zulässig ist dass solche informationen in einem bereich gespeichert werden der von außen zugänglich ist also ob das überhaupt zulässig ist an schulen keine ahnung aber wäre natürlich schon ein bisschen merkwürdig ne ok ne das sieht nicht nach dem passwort aus private student e mails ok notepad du bist die einzige die mich versteht ja genau ja aha schau mal was da was da ausgewertet wird die top sucher geben sie aus der suchmaschine aha google schau schau announcement während der angelegte auswahl letztes mal in der schule versucht das internetverbindung noch aktiver der suchfilter nicht 22 terabyte an pornografischen daten wurden auf die schulserver geladen was haben denn die für eine internetverbindung in 20 minuten naja ok da wirst du dann wahrscheinlich auch vom provider abgekündigt wenn du so ein downstreaming hast passwort memo aha ich hab jetzt hier nachgedacht ja ich finde ich aber wir sind eigentlich verdammt viel wir nehmen sie dieses it passwort kapiere ich nicht sieben sterne ja oh ok naja das ist sehr naiv aber ok also sieben sterne das war das war zu einfach meine damen und herren das war zu einfach das war definitiv zu einfach ach also dann antworten ok hier kann ich ein attachment bzw was anfügen sieben sterne passt läuft ok gut die letzte kleine hat gemeldet jawoll was ist jetzt los hilfe rang 40 von 100 wir haben zusätzliche mails jetzt hör mal auf mir mich zu zu spammen setzen 6 ok sieben sterne wow ich bin nicht ganz sicher ob der typ ein trottel oder ein genie ist genau gute arbeit ich gebe es weiter ok alles klar ja eos geräte scan sei gegrüßt agent eine neue auftrag kamera ein der es erfordert dass wir neue skripte besorgen während du online bist wäre es praktisch wenn du besagten auftrag annehmen und diese dabei testen könntest der auftrag verlangt zugriff auf ein telefon ein eos gerät wir haben einen spezialisten in diesem gebiet kontaktiert und dieser hat uns auf den tools für diesen job besorgt diese doch weitestgehend ungetestet aha die dokumentation wird in kürzendig weitergeleitet ok die haben wir schon gekriegt sobald er diesen einmal zugang zu dem telefon besitzt versuche das passwort für das e mail konto des besitzers zu finden einem konto von dem wir wissen dass es mit dem gerät synchronisiert wird antworten uns mit dem passwort ok jasons powerbook plus und das wird synchronisiert mit diesem mit dem telefon mit dem anderen device ok entropy kollegen ein eos device scanner wurde auf dem asset server hochgeladen eos device scanner sollte wie eine normale anwendung laufen da es erforderlich ist eine menge dateien im system oder zu lesen und die informationen des synchronisierten geräte zu erhalten wenn adminrechte auf dem zielsystem nötig seien aha wenn der scanner einmal läuft sollte das nicht schlimm sein wenn er die verbindung verliert im wesentlichen überprüft das keine backup dateien bla 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 wireless ja ja ok die sache ist die weil eos nutzer keinen zugriff auf das terminal ihres geräts erhalten sind die admin passworte immer gleich und das in der gesamten produktpalette ok das ist hässlich das passwort lautet alpine das ist ja spannend ich habe dir ja nur eine million jahre arbeit oder sowas spart genau sehr witzig alpine ok das ist das also das ist ja ein witz oder also das geht gar nicht alles klar dankeschön wiederhören so da ist es das powerbook also hier raus grob ach gar nichts kein proxy kein firewall gar nichts albtraum oh moment stopp dummer fehler was wichtiges vergessen ich habe die software noch nicht den eos device scanner aber gut jetzt holen wir uns erstmal die admin kennung für diese mühle hier dann geht es dann auch einfacher ok login admin tintin 7 ok scan complete ja ja klar ja ich brauche den device scanner das hilft alles nichts was haben wir hier noch new folder folder das sind alles wieder so komische logs ja ja documents kelly ok da ist auch nichts wichtiges drin na gut also tintin 7 aber gut ja der merkt sich das ja also disconnect wo ist unser ah gott so langsam wird es ja ein bisschen unübersichtlich gell asset server da ist er ok wir brauchen dieses tool da ist es ok scp eos das connect und nochmal auf das powerbook genau tintin 7 wir sind admin eos device scan jetzt müsst ihr da hoffentlich ein gerät finden jawohl da ist es das e phone 4s alles klar dankeschön wiederhören sag vielen dank für ihre zeit so das handy genau interessant hat zwei ports und man muss drei cracken also geht schon mal gar nicht aber wir haben ja die zugangsdaten die geräte weit gleich sind sehr abenteuerlich ok wir sind drin das passwort das mail passwort will er haben mail ist auch tintin 7 ok der hat das gleiche passwort und sein powerbook und an dem dingens hier na gut ist auch immer schwierig gell wenn man identische passwörter hat schweinefleischbrötchen hä was ahja ok nettes rezept für schweinefleischbrötchen also falls jemand mal lust hat hier das rezept gut tortillas na gut was hat er noch point saga spooky treasure ultra baby looter extrem das ist ja irgendwelche spiele oder sowas die da drauf hat ok wir sind weg und tschüss gut also zu unseren mails ähm du wolltest das passwort gell das war tintin 7 viel spaß damit jawohl auftrag abgeschlossen ok rang 19 von 100 passt das können wir lassen jawohl also wir haben uns jetzt äh bei entropy denke ich schon mal einen gewissen namen gemacht mal schauen was beim nächsten mal auf uns wartet hier bei hacknet ich sag vielen dank fürs dabei sein schaltet wieder ein wenn es weiter geht bis dahin ne gute zeit machts es gut und servus